Hallo zusammen, es ist mal wieder soweit. Die mühsam angesparten Diamanten wollen verschwinden. Wir haben das Wunderland Event, including den Strauchbär, die Grinsekatze, die beide schon haben. Der weiße Hase, der ganz nett wäre, aber ich hätte für ihn keine Giftpfeile. Herzkönigin ist eigentlich nicht so cool, weil Paladin und Defensiv nur richtig effizient. Offensiv ist okay, aber halt Paladin, aber ich hätte halt für die Aufstiegsmaterialien. Alice ist cool, Diamant, Hauptmannhammer, Hutmacher ist okay, hätte man aber, würde weit hinten anstehen bei den Grünen. Und Jabberwock ist eigentlich das Geilste, was geht. Wir machen ganz fix nur mal, aufgrund der Langeweile, was weiß ich. Hier haben wir einen Klosterbruder, kriegen wir noch einen oder irgendwas. Da haben wir zweimal das, dann hoffen wir mal hier auf Event hält und dann wäre nicht, aber die Sinsurmethode nicht erfüllt. Wir machen es trotzdem. Wir ziehen, weil keine Zeit. Was Lilanes, bitte. Okay, das ist alles noch nicht so toll. Das war was Lilanes. Jetzt könnte es von den Sternen her ein bisschen nach oben gehen. Grinsekatze. Held des Monats wäre natürlich auch nice, noch eine Grinsekatze. Stumpfhang, jawohl, den kann man immer gut gebrauchen. Okay, Nummer zwei, los geht's. Komm schon, du blöder Jabberwock, zeig dich. Nicht ganz. Da ist der Bär. Da ist der Baldassar. Da ist noch ein Bär. Da ist welche die Bären jagt. Was der hier drin zu suchen hat, weiß ich gar nicht. Der wäre gerne ein Bär. Die dritte Grinsekatze. Die Jagdbären. Und alle guten Dinge sind drei. Hey. Och ne, echt? Da fehlen sieben. Hm. Hm. Ja, gut. Ähm, ich mach mal Pause. Hm. Jetzt haben wir die sieben. Okay. Dann los geht's. Lila. Lila. Tiburtus. Lila ist gut, aber wir kriegen keine Fünf-Sterne-Event-Helden. Die kriegen wir nicht. Und auch der Held des Monats hat diesen Monat wohl keinen Bock, so wie das aussieht. Riksarreuch-Indust-Event. Strauch'bär. Da war, was das schon? O-Oh, das ist er. Bei Je young. Und einen kommen wir noch. Das ist eh nix. Grün. Bien. okay damit haben wir den helden des monats abgehakt können chillen und er wird sich irgendwo bei gelb einordnen ich bedanke mich fürs zuschauen haut rein bis denn tschüss